Okay, Freunde, jetzt ist es wieder soweit. Der erwiesene Irrsinn nimmt seinen Lauf. Markus und ich stehen am Start zur Siebenseenwanderung, gut vorbereitet. Das ist hier aber lecker. Und, was kann ich nur sagen, Wanderheil oder wie heißt das? Ja, ich muss nur eins dazu sagen, Siebenseenwanderung, ja. Ja, googelt mal Siebenseenwanderung und dann die Seenwanderung XXL. Genau. Wir melden uns dann so alle, jede Station, sagen wir mal, ein Kilometer durch. Genau, genau, genau. Also so sind wir aus dem Hitz. Wie viel, was? 500? Dann viel Spaß.